Im Tonstudio von Ralf Sögel in Stenkelfeld laufen die Arbeiten am Sommerhit 2000 auf Hochtouren. Nach ein paar Gläschen Stenkel-Trocken ist Ralf Sögel, ja man kann sagen, aus heiterem Himmel, der Text seines neuen Songs in den Sinn gekommen. Herr Sögel, können Sie da mal kurz was draus vortragen? Ja, nix, da muss man als Künstler erstmal richtig transpiriert sein, das geht nicht ohne Musik dabei. Eben, und darum haben wir das Playback vorhin mal schnell mit einer Gitarre aufgenommen und dann muss man sich halt im Geiste vorstellen, wie das Ganze... Ja, soll ich jetzt singen oder was? Ach so, oha. Was? Ja, ja, bitte. Dann müssen Sie hier das Mikrofon anmachen. Ist alles eingeschaltet, Herr Sögel? Entschuldigung. Wenn der rote Silbermond in den Bergen versinkt und die dicke Monika dich zum Rendezvous zwingt Danke. Schenkenprallen Sonn. Warum haben Sie das denn jetzt abgebrochen, die Musik im Hintergrund jetzt? Das reicht erstmal, unsere Sendezeit ist leider an dieser... Ja, das ging noch weiter an der Stelle. Sicherlich, ja. Und mit diesen Befürchtungen zurück ins Funkhaus. Schenkenprallen Sonn. Schenkenprallen Sonn.